Hallo Leute und oh Gott bewahre mich, Gott bewahre mich, ich spiele gerade die Demo von Amnesia The Dark Descent. Äh, Grafik ziemlich low, ihr kennt das ja schon von mir, weiterspielen. Amnesia ist kein Spiel in dem es darum geht zu gewinnen. Konzentriere dich stattdessen auf die Welt und die Story im Spiel. Oh Gott, es ist 9 oder 10 Uhr morgens am Sonntag, die Vögel zwitschern schon und ich spiele ja Amnesia. Du brauchst dich während des Spiels nicht, um das Abspeichern zu sorgen, das Spiel übernimmt dies für dich. Wenn du das Spiel beenden willst, wähle einfach speichern und beenden mit weiterspielen, kannst du dann an der Stelle im Spiel fortfahren, an der du das Spiel verlassen hattest. Ich, ne, die Welt von Amnesia ist gefährlich und du bist sehr verletzlich. Versuch nicht deine Feinde zu besiegen. Nutze stattdessen deinen Verstand, versteck dich oder lauf weg, wenn es nötig ist. Das zusammen... Ne, so, so kriegt ihr mich nicht hier, Leute. Ich bin auf ganz hoch hier. Wäre ich bescheuert. Das ist alles. Wir hoffen, du hast, du tauchst voller Spannung in die Welt von Amnesia ein. Franchional Games. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich, äh, dieses Spiel kommt wirklich... Warum spiele ich das? Dumme Ideen kommen aus lang... Langeweile. So ungefähr. Erstellen. Was wählen? Oh mein fucking Gott. Ich muss erst mal gucken. Ja, macht das Fadenkreuz. Kannst du ruhig anzeigen. Hinweise auch. Ich hoffe, es leckt nicht. Ich hab es nämlich noch nicht ausprobiert. Und Sound. Machen wir so. Na komm, sechs. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Komm, tun wir es. Ich hab jetzt... Ne, wenn ich die Helligkeit so auf... Auf normal gelassen. Ne, ich glaub, ich wär... Ich... Ne. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich hoffe, der Sound ist auch nicht zu laut. Ich werde jetzt auch keinen Soundtest machen, weil... Ne. Oh mein fucking Gott. Ich bin bestimmt schon auf 90 vom Herzschlag aus oder auf 100 schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht's denn auch nochmal weiter hier? Ich würd sagen, ich schneid das mal raus und wir sehen uns gleich wieder, wenn er fertig ist. Bis gleich. So, wieder da. Wir sind wieder da, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ich heiße auch Daniel, das ist nämlich sehr fachend. Ich muss ihn stoppen, focussen. Mein Name ist... Ich bin Daniel. Ja? Oh mein Gott. Oh mein goodness. Fuck. Scheiße. Was hab ich mir dabei gedacht? Ne, ich... Also ist nochmal die Demo. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber es ist die Demo. Gott bewahre, wenn es die Vollversion wäre. Gott bewahre. Oh my goodness. Ein Moment... Moment wurde wünscht. Okay. Jot. Jot. Mementos. Folge der Spur der Flüssigkeit. Okay. Ah, okay. Also die... Die Demo, die habe ich... Wie ihr sicher seht, noch nicht gespielt. Ich kenne das Spiel. Aber ich würde sagen, zu 80% ist es, äh... Ne, nennen wir es Demi-Blind. Ne, machen wir gleich mal so. Ja, mit Zunderbüchsen können wir so Fackeln oder sowas anzünden, die in der Umgebung hier irgendwo sind. Ne, also Gott bewahre ich, wenn ich die Helligkeit so gelassen. Zunder, die aktuelle Anzeite zum Tabulator. Eine, okay, und hier ist der körperliche Zustand, aber es ist gut. Last, klar. Und dos, genau. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ganz ruhig. Es ist alles hell. Es ist wirklich... What? Daniel? Daniel? Was hast du? Das ging doch immer, ne? Yo, ins Gesicht, Mann! Oh Gott. War das nicht hier, wo... Ich sag jetzt nichts dazu. What? Oh, also... Ganz ruhig. Hier kamen aber noch keine Monster. Das weiß ich. Hier kamen noch keine. Es dürfen keine kommen. Ja, das kenn ich. Da kann man sich auch drin verstecken. Ja, erstmal mal zu hier. Was ist hier? Oh Gott, was ist hier? Falls ihr das Spiel nicht kennt, ähm... Es geht da... Man hat keine Waffen, also man muss sich verstecken oder weglaufen. Weg mit dir. Eine Zunderbüchse. Moment, was war hier drin? Eine Zunderbüchse. So weit ich weiß, ging die Demo auch relativ lang. Ich weiß es gar nicht. Es ist mir jetzt auch ziemlich egal, wie lange die ging. Oh mein Gott. Was zur? Was zur? Wie soll der Flüssigkeit folgen? Okay. Was? Amnesia, shut the fuck up, man! Steh auf, Daniel! Steh auf, Mensch! What in God's name? Hast du wieder in andere... Hast du den Zustand etwa gewechselt? Alles gut, lass klar? Okay, alles klar. Alles klar. Hey, das ist gut. Boah, oh Gott, scheiße, schrecklos nach. Das war eine verkackte Rüstung. Oh Gott, man, Friction Games, warum? Moment. Zurück. Was haben wir denn da? Öl, yes. Jetzt muss ich nur noch die Laterne finden. What, what, what the hell? Ganz ruhig. Achtung, wenn du in den Dunkelheit bist, denke ich, es wird sich verschlechtern. Leichte Kopfschmerzen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Boah. Boah, ey. Ne, da gehe ich nicht rein in die Dunkelheit. Das könnt ihr vergessen, Freunde. Grafinerie. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkeischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsultat in Konstantinopel. Hm, woran erinnert mich das? Ich hätte lieber Revelations jetzt zum Zocken. Aber erstmal TV-Karte und Rechne. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Laden. Laden. Aber ich bin sehr überrascht, dass das Spiel so gut läuft auf meinem Rechner, solange die Aufnahme ordentlich hinhaut. Ich meine, ich habe gerade zwölf Frames, aber es ist ja auch ein Ladebildschirm. Da stirbt mich das nicht sonderlich. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Was? Äh, die Laterne. Du hast die Laterne, aber im Moment. Siehst du hier mit irgendwas? Äh, what the? Ne, ist sie nicht. Dann tue ich sie aber mal füllen. Mit Kuh? Fuck. Oh, oh, oh. Option. Steuerung, Steuerung, wo es... Äh. What the? Tassenkonfiguration. Äh. Duken. Steuerung links. Sprint... Ah, Sprint. Leertasse. Okay, gut zu wissen. Nach links neig... Was zur Hölle? Aktion vielleicht? Linke Maustasse. Dat F. Okay. Wo? Maus? Da bist du, Maus. Oh Gott. Oh mein Gott. What the? Oh Gott. Was zur Hölle? Ne, das bei Dunkelheit zocken. Na sicher. Guckt mal, wie dunkel das schon hier ist. Ich meine, man... Genau. Genug. Aber trotzdem, ich denke mal, ihr wisst, was ich... ...und... ...unruhigen den Geist... Äh, falsch, das hast du... ...den Geist... ...den geistigen Zustand. Leichte Kopfschmerzen. Okay. Okay. Okay.